Hallöchen und willkommen zu diesem neuen Video meinerseits. Heute quatschen wir mal über etwas, was ich vor langer Zeit schon mal angeteasert habe und zwar über Lars Waffen. Falls ihr euch erinnert, ich habe einen Short gemacht oder damals habe ich den eingesprochen und Julian hat ihn geschnitten. Bevor ich, also damals, bevor ich angefangen habe selber Videos zu machen, wobei Shorts habe ich noch selber gar nicht gemacht. Egal, ich habe einen Short über Lars Waffen gemacht und falls ihr den nicht kennt, dann geht jetzt gerne auf unsere Short-Seite und also auch von unserem YouTube-Kanal und guckt euch das an. So als kleines Intro. Aber ich wollte schon länger mal etwas genauer darüber reden, weil erstens interessiert es mich und zweitens gab es dann in den Kommentaren unter diesem Short dann irgendwelche Heinis, die gesagt haben, ja, aber eigentlich ist das so und so, weil sie nicht kapiert haben, dass das Short halt humoristisch gemeint ist. Ja, ich denke, ihr versteht das, aber es gab halt so ein paar Leute, die das nicht kapiert haben. Insofern, hier ist jetzt das Video, in dem es weniger humoristisch und mehr in Anführungszeichen faktenmäßig darum geht. Wir quatschen heute über Lars Waffen und zwar nicht nur über imperiale Lars Waffen, sondern auch so ein bisschen über Xenos-Larbwaffen, äh, Laserwaffen. Und was mich überrascht hat, ist unter anderem, dass auch Orks Laserwaffen benutzen. Aber ja, tun sie. Die Elder, das wusste ich, äh, die Leagues of Voters nutzen sie und tatsächlich die Tau, wobei das ein bisschen, ja, schwierig ist, weil eigentlich nutzen sie keine Laserwaffen per se. Also glaubt nicht der Wiki-Seite, ähm, sondern sie nutzen halt quasi Lasermarkierungs-Pointer, so quasi das, was du teilweise auch in unserer Kriegsführung tust. Einfach ein Ziel mit dem Laser markieren und da, äh, lockt sich dann eine Rakete oder sonst irgendwas drauf. Also die Tau nutzen da weniger Lars Waffen an sich, sondern mehr so Zieloptik. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das Imperium das auch tut, aber die Tau tun's auf jeden Fall. Gut, was ist überhaupt eine Laserwaffe, eine Lars Waffe? Wo ist da der Unterschied, ähm, zu vielleicht anderen, ja, Science-Fiction, Fantasy-Fiction, äh, Science-Fantasy-Universen? Das Erste, was einem vielleicht auffällt oder einfällt, ist Star Wars. Also ich meine, da haben sie ja auch diese Blaster. Und es sind eben genau das. Es sind keine Laserwaffen an sich. Es sind Plasma-Waffen. Lustigerweise. Also über die reden wir vielleicht ein bisschen genauer, wenn wir auch wirklich zu den 40k-Plasma-Waffen kommen. Aber wo ist der Unterschied? Ähm, ganz einfach, du hast bei den Blastern im Star Wars hast du quasi zwei Magazine, sag ich mal. Das eine ist ein Energy-Pack, das ist halt für die Energisierung zuständig und das andere ist ein Gastank. Also du schießt quasi immer kleine Mengen von diesem Gas, nutzt du halt und energisierst das und du machst das halt zu einem Plasma. Das ist ein, ähm, physikalischer Zustand. Und in Form dieses Plasmas, du schießt dann also quasi diesen Plasma-Glob, schießt du dann auf deinen Gegner. Das tust du mit den Last-Waffen des 40k nicht. Mit einer klassischen Laserwaffe hast du nur ein Magazin, weil du im Grunde genommen nur einen Laserstrahl abfeuerst. Was bedeutet das jetzt genau? Also ein Laserstrahl, das ist ja quasi, ja, ein Energiestrahl, der sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt. Ist jetzt in den ganzen Animationen, ähm, nicht so zu sehen, weil du siehst ja quasi diese, diese Schüsse von den, ähm, es sind ja meistens Gardisten, die das nutzen. Ähm, siehst du ja. Die siehst du ja fliegen und jetzt geht hier die Feuerwehrsirene. Geil. Ähm, ja, die siehst du ja fliegen. Also theoretisch ist es zumindest in den, ähm, Medien, die wir so sehen, nicht unbedingt eine klassische Laserwaffe wieder. Na, weil du siehst dieses Ding ja. Und ganz ehrlich, also ein Licht, also ein Partikel, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, kommt in der Sekunde siebenmal um unsere Erde drumherum. Sorry, das ist so schnell, das siehst du nicht. Deswegen, also entweder ist es nicht richtig dargestellt, oder es muss irgendwas anderes sein. Aus der Lore geht jedoch hervor, dass es eine klassische Laserwaffe ist. Insofern, denke ich mal, hat man das in diesen ganzen Medien einfach nur gemacht, um das zu visualisieren. Weil am Ende, ähm, würdest du bei einer Laserwaffe halt abdrücken und wenn du auf dem Ziel, keine Ahnung, was 100 Meter von dir entfernt steht, wenn du darauf zielst, dann ist da quasi ein Loch drin, in dem Moment, in dem du abdrückst. Auch wenn das Ziel einen Kilometer entfernt ist, oder zwei oder drei, das ist eigentlich scheißegal. Also da ist quasi, du triffst das Ziel quasi in dem Moment, in dem du abdrückst. Zumindest, wenn man klassisch sich eine Laserwaffe anguckt. Wie funktioniert das jetzt? Also, wie funktioniert ein Laser? Rudimentär ist ein Laser gebündeltes Licht. Also du brauchst irgendwelche Linsen, etc. Im Idealfall ist ein, also nutzt du einen Laser mit einer Wellenlänge. Also, falls ihr euch erinnert, Licht hat verschiedene Wellenlängen, also sichtbares Licht hat verschiedene Wellenlängen und je nachdem wird die Wellenlänge länger, dann geht es in Richtung Rot, wird die Wellenlänge kürzer, dann geht es in Richtung Blau. Ja, also so farbmäßig. Und im Idealfall hast du eine Wellenlänge, eine Farbe. Welche jetzt da ideal ist für Waffen, keine Ahnung, mit meinem begrenzten physikalischen Wissen würde ich sagen, wahrscheinlich eher die höher energetischen Wellen, also ist so Richtung Blau. Generell je höher die Wellenlänge, desto quasi energiereicher ist dieses Ding. Also, ich würde also eher sagen, höher energetisches Licht. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, warum muss es denn auf sichtbares Licht begrenzt sein? Weil wenn ihr euch mal Strahlung etc. anguckt, das sichtbare Licht ist nur wirklich ein winziger Teil davon. Warum sollten wir denn keine, keine Ahnung, Radiostrahlen verschießen? Gut, die sind, ja, die haben eine längere Wellenlänge. Oder UV-Strahlen, einen Röntgenblaster oder sowas. Ich meine, es gibt in verschiedenen Science-Fiction-Universen, zum Beispiel hier Fallout, gibt es einen Gamma-Blaster. Ja, warum denn nicht sowas? Aber das ist vielleicht ein bisschen off-topic. Da könnt ihr ja gerne, wenn ihr da Ideen habt, ein bisschen in den Kommentaren drüber quatschen. Aber rudimentär, ein Laser ist gebündeltes Licht. Müsst ihr euch also vorstellen, wie wenn ihr eine Brille aufsetzt, beispielsweise. Dann wird ja alles schärfer quasi, weil das Licht an einem Punkt besser, ja, fokussiert ist. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, meiner Meinung nach, bei einer Lastwaffe, von einem Lasergewehr. Du bündelst das Licht in einem, äh, in einem Fokuspunkt, äh, in einem Brennpunkt, wenn du eine Linse benutzt. Ähm, das ist blöd, weil vor diesem Brennpunkt ist es nicht perfekt gebündelt und dahinter auch nicht mehr. Und es braucht eine ganze Menge lustigen Schnickschnack, um einen, äh, Laserstrahl, sag ich mal, zu erzeugen, bei dem die, ähm, einzelne, ähm, Laserstrahl besteht immer aus vielen, vielen, äh, Lichtstrahlen, die sich nicht alle auf einen Punkt zu bewegen, sondern die alle parallel zusammenlaufen. Aber halt auch extrem nah beieinander, dass du halt einen fokussierten, äh, Laserstrahl hast. Ähm, das ist ziemlich schwierig, vor allem auf kleinem Raum, also in einem Lastgewehr oder sogar in einer Lastpistole musst du das hinkriegen. Das, ähm, stelle ich mir technisch ziemlich schwierig vor. Aber wir sind im 40k. Es ist ein Science-Fiction-Universum, also das funktioniert irgendwie. Die technischen Voraussetzungen sind also da. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Energie, ganz klar. Am Ende ist es halt einfach nur eine Taschenlampe an einem Ende, die du halt anschaltest und am anderen Ende kommt dann halt ein gemüttelter Laserstrahl raus. Also brauchst du eine Lichtquelle. Was braucht eine Lichtquelle, um Licht abzugeben? Richtig, sie braucht Energie. Und im einfachsten Fall ist das eine Batterie. Und was anderes sind diese Energie-Packs, also die Magazine, eines Lastgewehrs halt nicht. Es sind einfach Batterien. Mehr nicht. Das sieht man auch daran, ich habe in meinem Short erwähnt, dass man die Lastgewehr-Energie-Packs in die Sonne legen kann, beziehungsweise es gibt einen Solar-Charger dazu. Aber theoretisch kannst du sie auch in die Sonne legen. Oder du röstest sie halt wirklich einfach über ein Feuer. Du solltest sie vielleicht nicht ins Feuer werfen, aber wenn du sie so daneben legst, dann funktioniert das auch. Also die sind also irgendeine Art von hochfunktionalem Akku, der irgendwie sämtliche Arten von Energie irgendwie aufnehmen kann. Dann fragt mich nicht. Es würde mich mal interessieren, ob man das Ding in die Mikrowelle stecken kann. Ah. Okay. Weiter im Text. Ihr braucht also Energie. Die kommt von dieser Batterie. Diese Batterie powert im Grunde genommen einfach nur eine Leuchtquelle. Und je nachdem, wie stark diese Leuchtquelle angemacht wird, also ob sie jetzt normal ist oder vielleicht ein bisschen heller, desto schneller verbraucht sich halt dieses Batterie-Paket. Also kommt drauf an, was du in deinem Glasgewehr einstellst. Ob du jetzt einen besonders starken Schuss haben möchtest oder einen etwas weniger starken Schuss. desto mehr oder weniger verbraucht sich dann halt einfach die Energie-Packung, die du dabei hast. Das bedeutet, du hast keine festen Anzahlen an Schüssen in deinem Magazin drin. Bei einer normalen Schusswaffe, sage ich mal, weißt du, okay, ich habe hier zehn Patronen reingeknallt. Wenn ich also zehnmal abdrücke und es zehnmal geknallt hat und ich dann ein elftes Mal abdrücke, macht es nur Klick und es passiert nichts. Also muss ich das Magazin wechseln. Bei einer Glasgewehr oder generell einer Glaswaffe, bei der du halt die Energiestärke einstellen kannst, kann es halt sein, dass du mit voll aufgeladenen Schüssen zehnmal feuern kannst und mit weniger aufgeladenen Schüssen halt, keine Ahnung, hundertmal. Warum ist das geil? Naja, ganz einfach. Stell dir vor, du hast einen schwer gepanzerten Dude. Den willst du aufhalten. Also drehst du deine Glaswaffe auf volle Pulle und brezelst dem ein Loch in die Rüstung. Wenn du diese selbe Einstellung jetzt aber benutzt, um irgendwelche ungepanzerten Heinis umzulegen, dann ist das Overkill. Du brauchst nicht ein faustgroßes Loch in der Brust von jemandem, um ihn umzubringen. Es reicht auch ein fingerdickes Loch. Okay? Also schraubst du die Energie runter. Das heißt, du kannst viel häufiger schießen als mit der hochgedrehten Energie. Das heißt, du kannst deine Energie und quasi deine Munition besser einteilen. Es muss also, ja, kognitive Voraussetzungen dafür müssten halt gegeben sein, ne? Gut. Jetzt wisst ihr, wie ungefähr eine Lastwaffe funktioniert. Ja, das ist rudimentär. Ich weiß, da gibt es bestimmt wesentlich bessere Möglichkeiten, das zu erklären, wenn es euch wirklich interessiert, wie ein Laser funktioniert. Da gibt es auf YouTube eine ganze Menge und es gibt im Internet sowieso eine ganze Menge Dinge, die das erklären. Insofern, wenn es euch das interessiert, das ist wirklich eine interessante Sache, dann guckt euch das gerne an. Dann wird euch wahrscheinlich auch klar sein, dass man bei einer Lastwaffe irgendwann auch noch was anderes auswechseln müsste, als nur das Magazin. Zum Beispiel der Fokussierungskristall, sage ich jetzt mal, nenne ich dieses Ding jetzt einfach mal. Wenn ihr euch zum Beispiel mal so einen Enthaarungslaser angeguckt habt, die haben auch nur eine gewisse Menge an, ja, Energieladungen. Nicht, weil dann kein Strom mehr drin ist, sondern einfach, weil dann dieses, nicht diese Linse, aber diese Laserzelle dann einfach aufgebraucht ist. Aber das ist was anderes, das würde jetzt zu tief reingehen. Übrigens, eine andere Möglichkeit, dein Lastgewehr oder deine Lastwaffe zu versorgen, ist ein Reaktor, zum Beispiel auf einem Titan oder einem Dreadnought oder einem Panzer oder einem Raumschiff. Also ihr seht, es gibt auch Laser, die ein bisschen größer sind, ja, als nur ein Gewehr oder so. Für Space Marines beispielsweise gibt es auch die Möglichkeit, diese Waffe direkt mit ihrem Rucksack da zu verbinden. Also die haben ja so einen Reaktor auf dem Rücken und da können die quasi ihre Lastwaffe direkt anschließen. Das heißt, die müssen das Ding nicht nachladen. Das ist durchaus ziemlich praktisch. Müssen halt nur darauf aufpassen, dass das Ding nicht überhitzt. Ist übrigens auch das Problem bei anderen Plattformen, sei es jetzt, wie gesagt, ein Schiff, ein Dreadnought oder einen Titan oder ein Panzer oder sonst irgendwas. Da hast du auch immer das Problem von Hitze. Also das ist ja nicht nur Licht scheinbar, sondern das erhitzt auch alles mögliche andere. Ein bisschen, was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel das Imperale Long Last Rifle. Das ist wohl ein Lastgewehr, was einfach weiter schießen kann, weil es einen längeren Lauf hat, was bei einem Lasergewehr so absolut null Sinn ergibt. Ähm, einfach weil, ja, also bei einem Projektil ergibt das Sinn. Weil du im Lauf dann mehr Zeit hast, die Kugel zu beschleunigen, etc. Aber bei einem Lasergewehr ergibt das null Sinn. Absolut nicht. Es sei denn natürlich, du hast da noch irgendwie mehr Linsen drin, aber mehr als fokussiert und gerade geht halt nicht. Und ein Lasergewehr ergibt dann halt wirklich nur dann Sinn, wenn deine Strahlen alle parallel und gebündelt verlaufen. Und wenn das nicht so ist, dann kannst du das Ding halt in die Tonne treten. Dann brauchst du es halt nicht. Dann ist es nutzlos. Insofern zu sagen, ja, da sind noch mehr Linsen drin, die das noch gebündelter machen. Alter, gebündelter als 100% geht nicht. Okay? Also ergibt das keinen Sinn. Also dieses Longlass ist, ja, naja, reden wir nicht drüber. Übrigens, ein super geiler Vorteil eines Lasergewehrs ist halt, dass sowas wie Wind einfach keine Rolle spielt bei deinem Schuss. Weil, ja, was willst du pusten? Hast du mal versucht, Licht wegzupusten? Viel Spaß dabei. Was natürlich ein Problem ist, sind Partikel in der Atmosphäre. Na, also wenn du jetzt viel Rauch oder Ruß oder irgendwas in der Luft hast, das absorbiert den Laser oder die Energie des Lasers. Das bedeutet, wenn du in eine Nebelwand damit reinballerst, dann ist deine Energie ziemlich verringert. Also im besten Fall bist du natürlich im Vakuum. Da funktioniert es am besten, weil da hast du keine Partikel, die Energie aufnehmen. Aber wenn du auf dem Planeten bist, hoffentlich ist es ein klarer Tag und es brennt nichts in der Nähe und deine Gegner nutzen keine Rauchgranaten. Weil, ja, sonst wäre das irgendwie doof. Aber unterhalten wir uns doch mal ganz schnell über die verschiedenen Arten von Laserwaffen. Und ich würde jetzt wirklich nicht direkt genau drauf eingehen, sondern euch nur so ein paar Sachen erzählen. Also es gibt erstmal dieses ganz rudimentäre Lasgewehr des Imperiums. Das ist das M35 Galaxy Pattern. Das ist quasi dieses Ding, was ihr bei allen Guardsmen seht. Es gibt noch einen Arsch voll andere, aber die funktionieren im Grunde genommen alle gleich. Und jede Schmiedewelt macht so ein bisschen ihr eigenes Ding. Also die einen machen das Schulterpolster ein bisschen anders. Dann hast du ein anderes Visier. Vielleicht der Griff ist ein bisschen anders. Aber die Funktionsweise ist immer gleich. Dann gibt es welche, die sind eher so in Richtung Steinschlosspistole oder Steinschlossgewehr. Also die sehen so aus. Geht eher so, falls ihr Fallout 4 gespielt habt, so ein bisschen in Richtung dieser Lasermuskete. Also ihr müsst ja jetzt nicht irgendwie drehen oder sowas. Aber so ein bisschen vom Aussehen her geht es in die Richtung. Es gibt die ganzen Dinge als Pistolen natürlich. Es gibt eine aufgepimpte Version der Laswaffe. Und nein, ich rede ja nicht von Melter oder Vulcite, sondern ich rede von den Hellguns und den Hellpistols. Oder den Höllenpistolen und den Höllengewehren. Das ist einfach ein Lasgewehr auf Steroiden, könnte man sagen. Also mehr Energie, mehr Bums, mehr Mannstoffwirkung. Das ist das Ding von denen. Und es gibt Laserwaffen wirklich in allen verschiedenen Größen. Also es gibt es als schwere Laskanone, die du als schwere Infanterie mitnimmst, die du auf der Schulter hast. Es gibt das Ding als stationäre Kanone, wie ein MG. Es gibt das Ding als Feldgeschütz. Du kannst es auf den Panzer schrauben. Es gibt es sogar als Digi-Waffe. Also das sind diese kleinen Ringwaffen, sag ich mal. Das ist wie so ein Ring, den du am Finger hast, mit dem du jemanden wegbraten kannst. Aber es gibt das Ding auch an einem Titanen dran, in viel, viel größer. Und es gibt das Ding auf einem Raumschiff, in noch viel größer. Also je größer, desto mehr Bums, ist eigentlich klar. Aber das Prinzip der Las-Waffe ist immer gleich. Da ändert sich nichts dran. Ob das jetzt ein fetter Laserturm ist, der irgendwelche Raumschiffe runterballert. Es gibt die übrigens auch als planetare Verteidigungslaser. Also das ist quasi auf dem Planeten und die ballern dann hoch und holen irgendwelche Raumschiffe runter. Das ist auch richtig heftig. Die Dinger gibt es übrigens auch als Minenlaser. Also bis zum heutigen Tag im Imperium ist das Effektivste, um Bergwerk zu betreiben oder Bergarbeit zu betreiben, in den Lasern. Okay? Also du brennst dich quasi durch den Berg durch. Ziemlich, ziemlich krasse Sache. Und das Krasse, was ich finde, es gibt Laserlanzen. Also das ist das, was von den Knights häufig benutzt wird. Das sind halt einfach Lanzen, die, wenn sie einschlagen, nochmal so einen Laserpuls abgeben, um sich halt durch Panzerung zu brennen und dann quasi die Lanze da einbringen zu lassen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Das ist eine richtig, richtig coole Sache. Achso, die Hotshot Last Gun habe ich auch fast vergessen. Das ist quasi auch so ein etwas instabiles Gerät, was mehr Bums hat, aber dafür halt auch vielleicht dazu neigt, ein bis zehn Finger des Feuernden zu entfernen. Ne? Tolle Sache. Wer sich übrigens dafür interessiert, kann gerne mal auf das Wiki gehen. Auf das verweise ich ja hin und wieder mal. Da gibt es eine ganze Liste an Last-Waffen und es sind wirklich, wirklich viele. Aber ich habe euch ja versprochen, dass es noch ein paar andere Last-Waffen gibt. Und wir sind schon bei 20 Minuten, Alter. Ich beeile mich. Okay. Also, es gibt die Ork-Laser-Waffen. Die finde ich ziemlich geil. Weil, ja, es sind halt typisch Orks. Sie werden benannt als Zap Gun. Als Super Zap Gun. Als Big Zapper. Oder Zapper Cannons. Der Gaze of Morg ist übrigens auch eine Laser-Waffe, soweit ich es verstanden habe. Aber das Ding an Ork-Waffen ist halt einfach, wir wissen nicht, wie sie funktionieren. Fuck, die Orks selber wissen es nicht mal. Sie funktionieren, aber keiner weiß, wieso. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung, was das ist. Es ist halt zumindest, das ist das, was ich verstanden habe. Das sind wohl Laser-Waffen. Ganz genau wissen wir es aber halt nicht. Das Ding ist jedoch, eine Laser-Waffe funktioniert immer gleich. Insofern gehe ich mal davon aus, dass auch die Laser-Waffen der Orks irgendwie mit irgendwelchen Linsen funktionieren. Wobei ich mir das echt schwer vorstellen kann, bei einem Ork, dass der anfängt, irgendwelche Linsen zu schleifen. Aber hey, vielleicht ist es so. Keine Ahnung. So, kommen wir mal zu den Eldar. Auch die Eldar nutzen Laser-Waffen. Ja, die nutzen vor allem auch diese Needle-Weapons, etc. Ja, aber auch Laser-Waffen. Oder Laser-Lanzen tatsächlich auch. Meistens sind das halt so was wie ihre Gewehre. Also größere Gewehre. Weniger jetzt irgendwelche riesigen Waffen. Das sind tatsächlich nach dem, was ich gesehen habe, meistens Projektile, die sie nutzen. Wenn ihr an diese typischen Eldar-Pistolen denkt, das sind halt auch Projektile, die da verschossen werden. Also diese komischen Diskwerfer, die sie nutzen. Das sind Projektile, wie der Name schon sagt. Das sind Disks, die da geschossen werden. Die übrigens auch sehr interessant sind. Also das ist quasi so ein Kristallmagazin und die werden quasi scheibchenweise weggeballert, diese Kristalle. Das ist ziemlich cool. Ähm, aber auch die haben Laser-Waffen. Also vor allem Gewehre. Ähm, also sowas wie der Puls-Laser. Äh, das Sun-Rifle. Ähm, wie ich gesagt habe, Lanzen. Die Laser-Lanze. Eine Sternen-Lanze ist, äh, ja. Auch das gibt es. Und ich meine, äh, ja. Was, was, überlegt mal. Was ist das? Ich hätte im ersten Moment gesagt, Es ist, ähm, ne, äh, na, irgendwas, was der Weltall benutzt. Aber tatsächlich ist es eine Eliten-Waffe, die, ähm, wenn ich mich recht im Sinne von Exarchen benutzt wird. Ähm, also das sind so die Dudes. Also es wird benutzt von den Dudes, die auf irgendwelchen Bikes unterwegs sind. Ne? Ich denke, das ist logisch. Also die Las-Lanzen oder die Laser-Lanzen, die werden halt von diesen schnellen Einheiten der Elda benutzt. Und diese Sternen-Lanzen werden halt von den, den Anführern, den ganz wichtigen. Ähm, nicht den Anführern, aber ja. Ihr wisst, den Exarchen, von denen, ähm, werden sie genutzt. Gut. Kommen wir noch ganz kurz, wie gesagt, zu den Tau. Die Tau nutzen Laser tatsächlich eigentlich nur zum Markieren. Und die Leaks of Wotan nutzen das auch sehr gerne. In Form von Kanonen. Natürlich dem, äh, Minenlaser, also dem, dem Laserschneider. Und die haben, wenn ich richtig gelesen habe, auch einen, ja, so ein Laser-Maschinengewehr-Ding. Irgendwas in der Richtung. Aber wie genau, beziehungsweise wie genau das funktioniert, ist eigentlich klar. Da haben wir schon drüber geredet. Und wenn es irgendwelche krassen, fundamentalen Unterschiede gibt, dann denke ich, liegen die in der Energieversorgung oder in den Materialien, die halt für diese Fokussierungslinsen benutzt werden. Weil das Prinzip einer Laserwaffe ist immer das gleiche. Das haben wir ja, haben wir schon bequatscht. Also, das ist immer gleich, da ändert sich nichts dran. Gut, ich hoffe, ich habe euch diesmal ein bisschen, ein bisschen besseren Einblick geben können. In, was sind Las-Waffen, warum sind die geil, was machen die? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir das gerne, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir das auch gerne. Aber schreibt mir bitte gerne dazu, warum. Also nur reinzuschreiben, ja, ist scheiße, bringt mir nichts. Okay? Weil ich will mich auch verbessern. Gut. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, also Julian und mich, dann kommt gerne auf Steady für 4,50 Euro, seid ihr dabei. Ihr kommt damit auf unseren Discord-Server, ihr bekommt Sonderfolgen einmal im Monat. Wenn euch das zu teuer ist, kein Ding. Hier auf YouTube könnt ihr auch eine Kanalmitgliedschaft euch holen. Ja, da Pappmaul, ey. Für einen Euro im Monat seid ihr dabei. Alle drei Monate bekommt ihr eine Sonderfolge dafür. Und wenn euch das auch zu viel ist, naja, dann könnt ihr halt über den Link in der Videobeschreibung zu Taschengeld-Gieb übergehen. Der Link ist ein Affiliate-Link. Bedeutet also, wenn ihr über diesen Link irgendwas kauft, bekommen wir einen kleinen Obolus dafür. Und ihr müsst keinen Cent mehr zahlen. Insofern unterstützt ihr uns damit quasi passiv. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht, auf was ihr Bock habt. Geht ein bisschen raus. Es ist Sommer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mir bleibt nur zu sagen, Hydra Dominatus.